Guck mal HSV-TikTok. HSV. Hey! Ich bin der Partysauch! Schalalalalala! Ich mache Montagsblock! Schalalalalala! Moin Hamburg! Moin Hamburg! Ab in die erste Liga! Moin! Die erste Liga nur mit der HSV! Ja, nächstes Mal markiert ihr noch. Hey! Ich bin der Partysauch! Schalalalalala! Ich mache Montagsblock! Schalalalalala! Moin! Moin aus Hamburg! Freunde! Paderborn gewinnt 3-2. Darmstadt verliert 2-1! Ach, krank! HSV kann halt wirklich den Direktausstieg schaffen, ne? Cooler TikTok und cooler Call hier von dem Bruder. Der das reingeschrieben hat. Paderborn, was? Let's hear...